Um sich in die Kontoverwaltung bei FXFlat einzuloggen, geben Sie zunächst in der Suchadresszeile fxflat.com ein und bestätigen Sie mit der Enter-Taste. Auf der FXFlat Website finden Sie oben in der Mitte den Punkt Trader Workstation Konto. Wenn Sie mit dem Mauszeiger darüber fahren, können Sie unten rechts auf den Button für TWS Kontoverwaltung klicken und werden nun zur Kontoverwaltung weitergeleitet. Hier geben Sie Ihre Benutzerdaten ein, die Sie von FXFlat per Mail bekommen haben und loggen sich ein. Sollten Sie eine Zwei-Faktor-Identifizierung hinterlegt haben, wird diese nun abgefragt. Dies kann per SMS oder per App vollzogen werden und sobald Sie dies getan haben, sind Sie in der Kontoverwaltung eingeloggt.